Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Und wir haben ein Schaf verloren. Ripschaf. Die Fürstenkarte hat gar nicht, ehrlich, gar nicht, was ich mit denen erhandeln soll. Beim Weizen produzieren wir selber mehr als genug. So. 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 Und ja, da passt halt nichts mehr dazwischen rein, aber ist ja auch nicht so schlimm. Die Stadt kann halt auch nicht 100% effektiv gebaut werden. Ich frage mich gerade, ob die Kirche eigentlich auch einen Platz für einen Handelsposten hat. Ja, da kommen die ganzen Tauschgüter. Ja, selbst die hätten einen Handelsposten. Handelsposten. Okay. Gut, den Karren können wir nutzen, um unsere Straßen, also die Rohstoffe, können wir jetzt erstmal nutzen, um unsere Straßen auszubauen. Euch beide fertig ausbauen. Das sollte bald wieder respawn. Sofort. So, jetzt müssen wir warten, bis Harkim sich geheitert, dass wir den nächsten Tikka erledigen können. Also ja, Nahrung müsste da mittlerweile genug sein. Können wir nicht ein paar hiervon verkaufen? Okay. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir haben die Kräfer. Es ist so, dass wir die Nahrung kommen, wir haben eine Kräfer. Schon unterwegs. Kämpft weiter. Ich werde angegriffen. Oh, das wird knapp werden. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ei, schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Naja, da wir jetzt so viel Geld einnehmen. Und eingenommen haben. Ei, jawohl. Ihr habt unsere totgeglaubten Brüder gefunden. Dies ist ein großer Tag für uns. Zum Dank dürft ihr einen Handelsposten in Pula-Jab eröffnen. Wir suchten in dieser Abgeschiedenheit Zuflucht und Versteck. Nun sind wir gerettet. Lasst uns einander helfen. Bedient euch unseres Eisens und baut eine Straße durch das Gebirge, damit wir wieder mit unseren Brüdern in Pula-Jab vereint sind. Auf euren Befehl. Sofort. Alles klar. Sofort. Jawohl. Alles klar. Ah, wie kommt bei das Territorium bitte? Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ah, völlig hier unten rum. Was gibt's hier? Äh, hier eine Menge Heilkräuter und Kühe. Ah. Ich muss also das Territorium einnehmen, um eine Straße zu bauen. Okay. Verstanden. Alles klar. In den Kampf. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingefroren. Wie ihr wünscht. Oh, und ich habe genug, um dich mal auszubauen. Dadurch haben wir mehr Wasser. So, noch eine Taverne. Wir können mal ein Fest geben. So, wo ist der nervige Tiger? Auf euren Befehl. Also, wo ist das Vieh verschwunden? Verstanden. Wie viel Geld ist jetzt eigentlich da drin? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Verstanden. Ach, der wird sich schon finden. Ei. Wie ihr wünscht. Ei. Ei. Jawohl! So, wir kriegen ein paar Frauen. Ja, 14 Frauen, das ist doch schon mal was. Feines. Ich wollte noch einen Bäcker übrigens errichten. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Also gibt es hier tatsächlich noch ein fünftes Dorf. Ja, ein Fahrzeug wäre richtig. Ein Karren wurde ausgesandt. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Äh, wie sieht es mit unserer Bevölkerung aus? Kirche müsste auch demnächst dann ausgebaut werden. Und da ist ja unser Tiger auch schon wieder. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das wird ein Feldweg, ey. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten. Der gibt einen Wagen mit Tauschgütern. Ist zu uns unterwegs. Danke. Die Zeiten, da wir in Einsamkeit unser Dasein fristeten, sind endlich vorüber. Wir werden euch mit unseren Waren beliefern. Errichtet einen Handelsposten. Ich werde angegriffen. Ja, das ist der Sinn-Hakim. Und wir können einen Handelsposten hier errichten. Und noch mehr Eisen anfordern von hier. So, jetzt kann man sagen, jetzt blüht der Tauschhandel. Von hier tauschen wir gerade nichts, gell? Nee. Könnte allerdings Musikinstrumente tauschen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Einfach, um mehr Happiness in die Stadt zu bringen. Kann auch daran liegen, dass Hakim einfach durch die Happiness stärker ist gegen die Tiger. Dann habe ich gar nicht gedacht bis jetzt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Dann habe ich bis jetzt noch kein einziges Eisen gekauft mit denen. Okay. Dann habe ich mich groß vertan. So, ich würde jetzt aber sagen... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich würde langsam mal sagen, dass wir speichern sollten. Oder warten wir noch wenigstens bis... Nee, das dauert wahrscheinlich zu lang. Das dauert höchstwahrscheinlich nicht zu lang, bis die eingetroffen sind. Ja, ich würde sagen, wir speichern jetzt hier. Oh, ich habe da Dreck auf dem Menüband. So, jetzt ist er weg. Spiel speichern. Let's play. Speichern. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank.